Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute mit Abdi Rexman aka Clemens. A.K.A. A.K.A. Ray Ray. A.K.A. Die anderen. Er weiß halt nicht. Es gibt ein paar Charaktere, die sind auf jeden Fall dabei. Er hat mich heute eingeladen und dann dachte ich, nehmen wir euch mal mit. Wir sind heute, wo sind wir heute? Welchen Dönerladen? Hier im Bremen Steintor Popeyes. Soll sehr gut sein. Sehr gut. Ich hab Gutes von dem gehört hier in Bremen. Ich hab auch Holle gefragt, ey, wo kann man in Bremen gut essen? Wirklich gut. Er sagt, fällt mir nur Popeyes ein. Ist schon hart. Holles Wort hat Gewicht. Ja, so wie mein Körper. Ja, ich wollte das nicht sagen. Ohne Cam hast du es gesagt. Er liebt es, er liebt es. Ich teste die Kameraposition, ob wir so aufnehmen können. Und Benjo stellt sich so zufällig neben ihn. Und er sagt einfach, es ist auch gutes Double. Das hab ich nicht gesagt. Genau das hast du mir gesagt. Nicht einmal, ich hab ganz sehr ruhig. Okay, weißt du was lustig ist? Ich hab davor schon aufgenommen. Nein, hab ich nicht. Aber seht ihr die Reaktion? Hinter uns sind keine Casino-Automaten. Tatsächlich sind das die Automaten, wo wir das Essen bestellen können. Und da werden wir auch gleich einfach das Essen bestellen. Wie isst du dein Dünner immer? Alles drauf, aber ich mag kein Rotkraut. Mag ich nicht. Sympathisch. Ich auch nicht. Okay, sehr schön. Aber sonst alles drauf. Ja. Scharf, bisschen scharf. Und ich weiß nicht, wir machen Tzatziki hier rauf. Oh. Wir auch. Wir machen alles was schmeckt, Bruder. Die Regel ist alles was schmeckt. Cocktail, Tzatziki und scharf. Gut. Mal schauen wir. Das Ding. Oh. Hast du dich drauf vorbereitet? Nein, nein. Ich wollte lesen. Ein Buch. Ich wollte nur ein Buch lesen. Du hast schnell reagiert. Was hast du mir vor? Boah, ich wollte ihn hochnehmen, aber er hat mich auch da nicht. Was passiert denn gerade? Wusstet ihr das? Ich wusste es kommt, aber das hat mich auch gerade genockt. Haben wir beide uns gegenseitig. Sind wir wieder unentschieden? Nein, das eine vorne. Du hast mich von Gamescom auch ruiniert. Boah, das war aber ohne Kamera sogar. Das war ohne. Der Arme. Ja, okay. Wir bestellen jetzt direkt an diesem Automaten. Mustafa ist dabei, Harald ist dabei, Banjo ist hinter der Kamera. Die haben hier sogar der Gerät. Ja, haben sie auch. Die haben ja alles. Die haben ja alles. Mach du zuerst. Ich will sehen, was der Chef macht. Auch besonders hier. Du kannst darauf ansprechen, das Steak-Chicken-Mix. Steak-Chicken-Mix. Das ist ja auch Steak-Steakfleisch. Der mir krasses Dönerfleisch. Ja. Ich möchte aber Döner. Du willst einen Döner. Chicken-Döner, nein. Steak-Döner. Steak-Döner gibt es auch, genau. Ich nehme einen Steak-Döner. Ja, genau. Extra-Fleisch. Das sieht aus, muss ich sagen. Ich sage dir ehrlich, ich will den einmal so, ohne extra zu gucken. Ja, ganz normal. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich verstehe. Okay, Soße. Hot Diablo. Bruder, wegen dem Namen. Ja. 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 Zwiebeln, interessant. Zwiebeln. Wichtig. Weißkraut ist auch nicht immer so krass mein Fall. Ich mache hier das, das, weiter. Oh, guck mal. Das ist schön. Das ist cool. Das fühle ich, ehrlich. Das müsste eigentlich keine Option sein. Was heißt das? Das muss eigentlich immer kommen. Dass sie mit Liebe den servieren wollen. Warte mal, also wenn ich so mache, dann mit Liebe und so ohne? So ohne. Hörst du, wir nehmen gleich so und du nicht gleich. Und ich mache ohne. Und dann, wenn wir testen. Okay, 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 okay. Das ist sehr stark, das ist sehr stark. Ich hatte wieder Angst gerade. Nein, nein. Bei manchen Momenten ist sie so fecht, weißt du was? Ich habe sehr Angst. Ja, ja. Aber gebratene Gemüse kommt bei mir safe rein. Richtig. 100 Prozent. Ja, genau. Ein bisschen Chilipulver. Ja, ein bisschen Zitrone auf jeden Fall. Oliven ist Quatsch, ne? Oliven ist zu dominant im Döner. Ja. Wie Banane in Smoothie. Ja, richtig. Ja. Du schmeckst nur noch Banane. Ja. Ja. 100 Prozent. Es gibt jetzt mittlerweile Ulu da Zero, aber anscheinend hier nicht. Deswegen nehmen wir ein stilles Wasser für mich. 10,50 Euro. Fritten dazu? Nein, danke. Nein, danke. Dann haben wir, du bist dran. Ich bin dran. Ich mache auch Steakdöner. Kein extra Fleisch. Bombay Curry hört sich auch lecker an, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist komisch. Wir machen immer Currysoße bei uns. Norddöner, immer Curry. Ich habe das mal gemacht, ich habe das nicht verstanden. Okay, dann wirst du es jetzt machen. Ich habe wegen dieser Zicken genommen. Ja, aber dann müsste ich ja theoretisch Chicken nehmen. Nein, mit Steak, Vertrauen. Okay, okay, okay. Guck mal, ich will den sehr gerne, aber ich will den Döner jetzt auch nicht zu komisch machen. Deswegen mache ich, der kommt noch rein. Ranch Tzatziki, das hört sich echt lecker an, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ja. Ich will den machen, aber ich will das zusammenspielen, nicht ruinieren hier zwischen den beiden. Ja, muss Chemie bleiben, ne? Ja, Chemie muss bleiben. Ja, dann ist okay. Das mache ich zack, zack, zack. Hier, hast du auch recht. Oh, ich mache ohne Liebe. Du musst Mitliebe jetzt. Ich habe ohne gemacht. Du hast ohne? Ich habe ohne. Ich mache Mitliebe. Ich habe Angst, was bei Mitliebe kommt. Ich habe richtig sehr Angst. Und zu trinken ruhig einen Cola Cero. Cero. Das war's, genau. Schuss Zitrone hast du noch genommen? Zitrone, wichtig im Sinne, underrated. Ehrlich? Soll ich zurückgeben? Hast du keine Zitrone genommen? Ich muss zurück. Nee, das ist illegal, oder? Okay, okay, ich muss zurück. Das ist illegal. Warte, ich kann Ihnen das so sagen. Ah, jetzt testen wir mal den Automaten, inwiefern er uns wirklich behilft. Wenn wir ihn vorher noch sagen, kannst du trotzdem noch mit draufmachen. Ob er sagt, nee, ist nicht eingegeben im Bruder. Ja, ja, ja. Oder ob er sagt, ja klar, kein Problem. Stimmt, stimmt, stimmt. Checkst du, was ich meine? Weil er weiß? Ich habe wieder Angst. Vorsichtig, du rangegangst. Das ist so schlimm. Oh, Sesam, so wichtig. Okay, Abi. So wichtig, dass die Soße gestrichen wird, ne? Ja, Liebe haben muss verteilt. Muss verteilt, Abi. Wir haben bei uns manche in Kiel, die machen Fleisch, Salat, alles drauf und oben. Ein bisschen Soße und dann unten ist alles trocken. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist so wichtig. Wie oft gehst du hier essen, Bruder? Ich war selten hier tatsächlich. Warst du aber schon mal hier? Ja. Und? Krass, also der Rap, ich habe den Rap gegessen, ich habe mich verliebt. Aber Döner hast du noch nicht gegessen? Nein, das ist auch mein erstes Mal. Echt, das ist dein erstes Mal? Das gefällt mir gut. Das ist meine erste Mal. Das ist meine erste Mal. Das ist meine erste Mal? Das ist meine erste Mal. Zitrone. Zitrone ist wichtig, aber. Oh, ja, ja. Bei mir habe ich nicht Zitrone, ich habe vergessen. Kannst du bei mir auch machen, bitte. Kein Problem. Also wenn man einmal was vergisst, dort einzugeben, Bruder. Und einer sagt dir, kannst du trotzdem noch das machen? Macht ihr das? Ja, gerne. Ah ja, genau. Gemüse ist ja wichtig. Warm. Ich sage dir ehrlich, guck dir das Ding an. Wundervoll aus. Das ist meine und deiner kommt jetzt. Deiner war mit oder ohne Liebe. Meiner war ohne Liebe. Jetzt mal gucken, ob er das macht. Von alleine gucken wir, ob er das macht wegen Liebe. Bruder, was ist der Unterschied, wenn man mit Liebe bestellt? Mit Liebe, dann machen wir mit Herz. Ohne Liebe, das ist normal. Aber also mit Liebe ist mit Herz. Wie, hält ihr denn den Döner so und sagt mit Herz oder wie? Nein, machen wir Herz. Ach, er macht Herz rein? Okay, okay, okay. Brauchst du nicht, aber ich habe es normal bei dir gemacht. Aber mit Herz oder ohne? Normal. Aber ich habe mit Herz gemacht. Ah, okay, danke. Aber bei Ihnen ist mit Liebe, habt ihr gesehen, ne? Ja. Okay, also, okay, mal gucken gleich den Unterschied. Da will ich Liebe sehen, mein Bruder. Sonst kommt Clemens, Clemens. Sonst? Oder Ray Ray. Mehr kenn ich auch nicht. Ray Ray, hast du heute kennengelernt? Nein, nein, die kannst du vorher. Walla, die kannst du vorher. Auf ernst sogar, die Knast-Stories sind Hammer. Er wird erst mal gegangen, er wird reinspucken. Ich glaube, er will. Das meinst du, seine Liebe ist das? Hier, einmal die Herz. Ah, so ein Herz. Ich check. Beautiful. Danke dir, Bruder, ja? Vierten ist immer wichtig. Wir haben jetzt hier, von der Größe her, echt einen schönen Döner. 8,50, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. 8,50. Ich bin sehr gespannt. Ich will erst mal gerne das Fleisch probieren. Das Fleisch sah sehr gut aus. Ist gut? Ja, ist gut. Was war für dich denn der beste Döner bis jetzt? Oh, die Kartoffel ist stark. Ja. Es gibt mehrere krasse Döner. Es gibt einmal Neumünster bei mir, Pasha-Imbiss, Neuss, Arkiv, Geisteskrank, Rüyam in Berlin. Das sind so die krassen Dönerleben für mich. Rüyam war ich noch nicht. Musst du. Okay. Aber jetzt testen wir mal den Vergleich, weil Rüyam hat auch Gemüse. Bismillah. War das ein oder zwei Bisse? Das war so dieser... Komm mal, sein Bisse. Ist der groß oder klein? Ich kann mich erklären. Ich hab meine Nase ab mitgegessen. Die war so drin, so... Die war komplett drin. Die war tauchen. Oder das ist auch immer ein bisschen blöd, wenn man so eine vollgestopfte Döner bekommt, wie man die isst. Ja, ja, ja. Mh, 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 mh. Die Drohne. Mhm. Wichtig. Warte, ich hab's gesagt. Die Leute unterschätzen das. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Oh, dieser Bisse war zitronig. Zitronig? Zitronig auch unter anderem. Heimisch benutzt ihr? Nein, nein. Ich hab zuerst mal benutzt. Echt jetzt? Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Heimisch. Das Feeling ist einfach nur heimisch wahrscheinlich. Ja, genau. Ich sag dir, Zitrone... Ich hab das von Massiv tatsächlich kennengelernt. Zum ersten Mal hat Massiv mir gezeigt, Zitrone im Döner zu machen. Okay. Haben wir bei Babas Döner. Übrigens auch ein sehr leckerer Döner. Die Soßen sehr geil. Warst du da? Wir haben jetzt auch hier einen. Ich weiß, ja. Immer wieder empfehlenswert. Geil. Jetzt kommt das Wichtige. Oben muss man immer kämpfen. Gerade wenn Gemüse drin ist. Jetzt hier dieser Biss wird für mich wichtig. Was ich aber auf jeden Fall schon mal feiere, ist das Brot. Ich feier das unnormales Brot. Sesam, knusprig, drin weich. Geil. Knusprig. Weich. Außenknusprig, drin weich. Genau, ja. Sehr lecker. Das Fleisch, auch jetzt mit den Soßen, alles zusammen, sehr lecker muss ich sagen. Für mich ist dieses Zitronen-Ding gerade... Hast du weltverändert gewesen? 100 Prozent. Hallert, wie schmeckt's? Hurra, ich hab den weggehauen. Du bist fertig? Der war so lecker. Die Zitrone, so geil da drauf. Ich weiß nicht, was ich genommen habe. Aubergine und Barbecue-Soße. Nein, nein. Ist mir egal, was du genommen hast. Wo ist dein Döner? Der ist in meinem Magen. Der ist in meinem Magen. Bruder, er hat seinen Döner nach uns bekommen. Bruder, ich hab ihn gesehen, wie er gewessen hat. Er wollte mit niemandem teilen. Er wollte mit niemandem teilen. Hätte jemand seine Hand in Richtung seines Döten... Die Hand wäre weg. Hätte jemand das gemacht? Ich hab ihn noch nicht angeguckt. Ich hab ihn nicht mehr angeguckt. Ich hab ihn kurz ang... Ich so... Ich hab Angst. Ihr habt Angst um mein Leben. Das kann doch nicht sein. Ich hab dieses Fleisch probiert. Boah, was war das? Das war echt lecker. Da, dass ich denke, ich... Du hast richtig gekämpft. Wie fandest du den? Geil, Bruder, geil. Und das war zum ersten Mal, dass ich das ohne Tzatziki und sowas gegessen habe. Und ich hab das gefeiert, Digga. Der Barbecue-Soße und der Auberginen-Paste. Boah. Sehr, sehr lecker. Also sehr stabil. Sehr, sehr, sehr stabiler Laden. Allgemein so das Feeling. Die Leute sind nett hier. Der fällt ganz weit. Und das ist grad für mich so ein bisschen ein Problem. Wieso für dich? Dass er auseinanderfällt und so. Das ist das, was ich am meisten bemängel beim Döner. Ja. Wenn er so aufgebaut ist. Das Schlimmste ist, wenn die Döner den Besitzer das zu nett meinen. Ja. Und die pumpen ihn so voll, dass du so gefühlt Soße trinkst. Kennst du das? Ja, ja, ja. Genau, genau. Das ist halt ein bisschen blöd. Man muss ein bisschen strugglen mit ihm. Aber ich finde, ab der Mitte ist er viel, viel leckerer. Ja. True. Viel besser. Das ist das Beste, was du grad hast. Ja, ja. Du hast ihn auch so gegessen, dass du dann nur noch so quasi. Genau, ich hatte den Schlachtplan auf jeden Fall. Genau, ja. Und ich muss schon sagen, der hat mich ein bisschen satt gemacht. Kennt man nicht von mir, aber ja, momentan ein bisschen. Aber wir hauen noch rein. Ich finde nicht immer das Fleisch am krassesten hier. Die komplette Zusammensetzung ist für mich ein Döner, den man sehr, sehr gut und lecker essen kann. Ja. So. Aber ich würde jetzt nicht nur für das Fleisch hierher kommen. Nee, nee, nee. Checkst du? Ich check, was du meinst. So. Gutes Zusammenspiel von allem. Sehr gut. Diese Soße, die Schärfe von der Soße, diese Mexica, perfekt. Ja. Das wollte ich auch sagen. Die Soßen hier sind top. Wirklich. Sehr, sehr lecker. Ist Clemens eigentlich Döner? Auf keinen Fall. Nee. Was ist er so? Pinkel. Kennst du Pinkel? Nee, Pinkel. Pinkel, Sauerkraut. Ah, nicht Urin. Nein, 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 nein. Heißt das Pinkel? Pinkel? Das ist so eine Wurst, so eine Fleischwurst. Warte, ich google das, bevor ich falsch sage. Pinkelwurst. Das heißt wirklich Pinkelwurst? Pinkel ist eine geräucherte, grobkörnige Grützwurst. Das ist Clemens. Oder Pinkelgrützel? Das hört sich nicht krass appetitlich an, muss ich ehrlich sagen. Auf keinen Fall. Aber ich weiß, deutsche Küche, meine Frau. Underrated sagst du? Bruder, Rinderrouladen. Underrated. Rinderrouladen, übertrieben lecker. Ich würde mich nicht mal nähern, Rinderrouladen. Was? Wenn ich das höre. Rindfleisch. Drinnen sind so saure Gurken, Senf, Rotkohl, glaube ich. Aber Rotkohl, ich bin kein Rotkohl-Typ. Aber warm schmeckt es besser. Okay. Ich kann es nicht im Döner und so kann ich es nicht. Ich habe auch, dass deutsche Küche underrated sein sollte. 100 Millionen Prozent. Viele reden es schlecht. Bruder, Reis und Hühnerfrikassee. Sauerkraut, Senfeier, Kartoffelpüree mit Bratensauce. Bruder, also ich sage dir, ich feiere deutsche Küche auch sehr, sehr stark. Benjo, probier mal, sag mal, wie der ist. Was ist das für Soße? Wir hatten Mexikensauce, Tzatziki und, was hatten wir noch? Aubergine-Paste. Aubergine-Paste. Ich liebe Sesam offenbar. Bruder, darfst du es für mich? Ja, ja. Ich habe letztens mit einem Döner gegessen und er sagte, das Sesam auf dem Brot stört mich ein bisschen. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, du störst mich. Du störst mich. Ich habe ihr meine Meinung gegeben. Ich habe es getan. Sag es nochmal. Das war scharf, ja? Fandst du es nicht scharf? Ich fand es perfekt scharf. Bruder, ich esse doch mittlerweile diese Filfil. Paprikascharfen. Turschu, Turschi, alles. Turschi auf Kurdisch, Turschu auf Türkisch. Damit ihr nicht da sagt, Turschi gesagt. Loser. Ich weiß es. Ich weiß es. Die Zitrone merkt man doll? Ich dachte wirklich so, ich wäre in arabisches Land, als ich reingebissen habe. Aber es ist Ramadan, arabisches Land bin ich. Bruder, weißt du, Zitrone auch sehr dominant ist, wenn du es in Linsensuppe reinmachst. Okay. Dann hast du gerade gebissen und dachtest du, ey, ich esse hier eine Linsensuppe oder Döner? Okay. Checkst du? Deswegen dachtest du vielleicht so, hm. Ja, ja, ja. Ich war woanders. Wo warst du? Bruder, ich war irgendwo im Bazar, in arabischem Land so. An der Stelle so, komm her, komm her. An der Stelle schade, dass alle unsere arabischen Länder fast kaputt sind. Ja, wirklich. Vergiss nicht du Dua für jedes unterdrückte Land. Allahum, amin. Ähm, Penjo, du hast nicht viel geredet, du wolltest nicht reden, du wolltest trinken. Du hast getrunken. Schmeckt gut. Sehr gute... Ist es immer so? Ja, ja. Aber er ist auch sehr ehrlich, ne? Er ist krass ehrlich. Also du denkst wirklich, der ist gut? Der ist gut, ja. Das Brot ist geil, das Fleisch ist gut, die Soßen waren richtig gut. Okay. Sehr empfehlenswert, Mashallah. Kann man sehr gut essen. Und wenn man damit kein Problem hat, Salat für die nächsten zehn Tage auf dem Tisch liegen zu lassen, dann kann man hier gerne essen. Hat jemand noch Bock auf eine Waffe? Boah, schön gemacht. Ne? Ich mach das immer so. Nein, warum sollte ich das machen? Das gibt doch gar keinen Sinn. Alter, kein Hobby. Von zehnmal, wie oft würdest du hierher kommen, wenn du Döner essen? Nur Döner essen gehst du jetzt hier in Bremen bei dir. Du hast zehnmal Bock auf Döner. Wie viele Male hast du Bock auf diesen Döner? Ich würde sagen, schon so sieben. Geil. Du? Was würdest du, wenn du in Bremen... Wenn ich hier wäre? Ich bin anders, ich würde erstmal alles hier testen. Ja, ja. Und dann checkst du, was ich meine. So, aber allgemein, ich würde hier immer wieder herkommen. Ja. Genau, genau. So auf Seite, schnell, lass mal schnell. Ja, ja. So, ey Papaya ist ein geiler Döner. So. Papaya, aber Papaya. So. Benjo, was sagst du? Papaya, grüß Papaya. Und zehnmal, wie oft würdest du herkommen? Oh, sieben. Wie oft würdest du herkommen? Fünfmal. Fünfmal? Ich kenne noch so ein, zwei andere Läden, weißt du? Okay, krass. Das ist wieder ein Döner, der Besser als auch Pasha. Was hast du gerade gesagt? Wieder ein Laden, Bruder. Das war der zweite Laden, den ich jetzt gefunden habe. Der Besser als Pasha. Und der hier. Der ist besser als Pasha. Schau mal zu. Du übertreibst nicht, Haller. Ich nehme dich nicht mehr mit. Pasha ist wie eins. Okay, nein. Aber jetzt ehrlich. Ich hab das probiert. Ich hab direkt gesagt, Benjo, bitte probier. Bitte probier das gleich. Von zehnmal? Wie oft würdest du herkommen? Wenn ich hier in Bremen leben würde, ich wäre wie du auch. Ich würde erstmal alle anderen testen und dann würde ich immer hier keine. Vielleicht gibt's noch was krasses, weiß ich ja nicht. Kann wirklich sein. Ja. Aber es hat sehr Spaß gemacht mit dir zu drehen. Es hat sehr Spaß gemacht mit dir zu essen. Ja, Mann. Kam es dir vor wie ein Dreh oder wie einfach nur zusammen essen? Wir haben öfter gegessen. Wala war geil, oder? Ja, wirklich sehr schön. Hat Spaß gemacht. Check den Bruder gerne ab. Er macht, also das ist einer der Top 3 sympathischsten TikToker in meiner Meinung der Galaxie. Ja, also wirklich, deine Videos. Das war ein Statement. Ey, wenn ich TikTok scrolle, dann hoffe ich, dass ich auf deine Videos scrolle. Ja, ja. Also sein TikTok, sein Instagram, sein Twitch. Wirklich, hat Spaß gemacht mit deinem Bruder. Ich hab zu danken, du darfst nicht da sein. Nein. Bruder, Bruder, ich bin dein Bestandard. Was redest du, Bruder? Vielen Dank, mein Bruder. Ich wünsche euch das Beste vom Besten. Assalamualaikum. Ciao Kakao. Tschö pö pö. Und tschö mit. Aber enttäusch mich nicht. Tschö mit. Tschö mit. Ich schlecht hab geraten. Ja, das ist... Mach die Kamera auch. Tschö mit. Mittag Liebchen pending. Tschö mit. Begele